da kann hier von oben nicht kommen oder er hat auch kein bogen oder so preist er oder sagt da kommt mit mir was genau aber du sollst dich gleich von entfernen halten hast du ihn erwischt? geil! jetzt solltest du schnell hinterher ja trotzdem er kann nicht so viele gluts haben status bericht bitte er will uns für den rettander laufen ne 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 ok wir warten jetzt so lange bis er weg geht wenn es lange dauert schneide ich das video kurz weiß ich aber ich weiß nicht ob er er kommt wieder ich höre ihn ja, ich sehe ihn auch sogar nene ne 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 baa baaaa baaaaa baaaaaaaa aaaaaa bam baaaaaaaa bacă vaaaba copyrighted dass könnte ein meme werden was hat er jetzt gemacht? da come zu verkickt JA Ja! Unser erster Sieg, ich glaub's ja nicht! Ach ja, ähm... Was? Da ist ein Ring, wo man... Warte mal, ich zeig sie kurz. Da auf dem Dach? Ja, da musst du springen. Aber das ist für ein Ring der Opferung. Ja, und was macht er? Beziehungsweise für dich ist es doch ganz witzig. Wenn du rauskussest, verließ du keine Seele beim Tod. Du kannst deine Seele nochmal einsammeln. Oh! Können wir versuchen sie bei Tod ab? Der Ring bricht! Oh, beim... Ah, der bricht! Ah, ich weiß nicht! Wo bist du? Du bist... Ähm, ich glaube du solltest dann... Ich kann einfach auf dieses Podest springen. Kein Schade für mich. Toll! Ähm, gibst du einen Ring der Regeneration oder so? Ja! Wirklich? Ja! Was macht er? Der Regenigret vp. Ja, 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 pro Sekunde oder pro Treffer? Beides, es gibt beide Rinnen. Ohhhh... Den brauch ich! Ähm... Bist du dich halt? Was? Achso... Ja, deutlich schlecht! Okay... Relax... Er ist schon ein Gegner. Okay... Oh! Ist ein Crap! Jo, du hast gerade voll Anime-Style... Äh... Voll Anime-mäßig einfach hier... Du hast ja noch nie gehört, da hast du es in allem. Oh! Weil du hast gerade nur von der eine Sekunde bis zur nächsten... Ja, ich sehe es... Äh... Achso funktioniert das Ding! Ich hätte jetzt versucht den... 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 Äh... Zu drücken... Den Nebel... Der Nebel... Der Nebel... Der Nebel... Der Nebel... Der Nebel... Der Nebel... Ah! Rohfmesser! Und hier ist ein Shortcut! Moment... Röschle! Ja... Pass auf! Es kommt wieder... ... Hüfte lassen! Hattest du Skorpiode? Da ist... Das ist eine große Axt! Jaaaa... Jaaaa... Ich mach wenig Schaden! Ja... Irgendwer hat dann wieder das Band fallen... Moment... Da liegt jemand... Ah! Da... 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 Da saß jemand... Okay... Yay... Wie viele Flaschen... Ich hab eine Flasche bekommen... Okay... Eine... Wie... Du sagst... Willst du dich dann... Erstmal heilen? Wie denn? Oder wollen wir erstmal... Das den Eid holen? Erstmal den Eid... Weil ich hab keine Glut mehr... Um dich zu holen... Wieder zu holen... Und... Und... Achja... Stimmt ja... Jetzt kann ich erst mal runter... Achso... Ich... Ich wollt schon wieder auf den Hebel drücken... Ich hab noch sieben Flaschen... Ich hab nur noch eine... Ich hab plus zehn aufgewertet... War das Maximum nicht plus zehn... Das ist elf meinte ich... Ich? Nee... Von den ersten Flaschen das Maximalllevel war das nicht... Ach du... Du weißt es doch sowieso nicht... Weil... Ähm... Moment... Da liegt was... Ach ja hier ist... Es sollte... Ein... Oh... Ja... Sehe ich... Von einem NPC... Wer bist du... Ein NPC soll ich ihn beschwören? Kannste machen wenn du bist... Ja komm... Löwenritter Albert... Cool... Ja komm... Mehr Kampfkraft... Jetzt grüße ich wieder... Zeit für... Abtreten... Einsperren... Und hier ist es praktisch... Zeit für... Er versucht... Einzelkampf... Moment... Der kommt... Der kommt... Hallo... Kommst du mit mir? Hahaha... Wie cool... Die Spörleute sind gefährlicher... Dieter... Oh... Okay... Ja... Ich habe es auch gerade gemerkt... Oh... Hat... Was... Hat der denn für eine Axt? Ach... Eine große Axt... Ich weiß jetzt nicht... Okay... Äh... Ist das eine Statue... Oder betet da hinten jemand? Oh... Ach... Das war der... Da hinten... Oder wo jetzt? Da... Ja... Was sitzt... Sitzt da jemand? Sitzt da etwas? Oder ist das... Moment... Was steht da? Kannst du dann strahlen? Dora für Schweifen... Moment... Dunkel... Doch... Da rein kann ich... Ja... Dann gehen wir einfach mal... Ich spreche mit der Frau... Oh... Bis eben sind wir ja hier... Oh... Das ist... Ah... Das ist der Eid... Aber... Ja... Töte sie erstmal nicht... Das geht? Ja... Und der Phantom? Der Phantom? Der Phantom? Ich meine... Der macht nichts, oder? Ich würde da verschwinden... Ah... Der kommt nicht rein... Dunkel wird... Ja... Ich bin auch nicht dran... Ach... So... W... Moment... Was? Was? Moment... Heißt Nebel nicht Boss? Ja... Aber... Wenn du die Frau... Nicht... Tötest... Kommt keiner... Oh... Weil sie redet mit dir... Erstmal... Durchgänglich... Die ist doch irrelevant... Ah... Okay... Du musst du reden... Also... Let's play... Lügner vora... Ja... Okay... Oh Gott... Nicht... Wollen... Doch... Reden... Einfach viel Effekt... Okay... Also... Ich bitte in Ruhe... Es geht jetzt um die Story... Ich hörte die Hand von der Mosklin... Ich hab zukommen... Ah... Ah... The weight has been long... Unkindled one... I am Emma... High Priestess of Lothric Castle... Hello Emma... You will not find the Lords of Cinder here... They have left... Gone... Achja... Deswegen bin ich ja hier... ...ARGETE!!!!! ...BANNER ON THIS ... ...DJALL Nミー... ...HALGETE BACKMACH meditating... ...iesen Entenですね... ...PROCEED. ... FEINN fluoriert... ...BANNER ON.. ...CHLE fortuneיה... ...OH!! ... spare... ... antes... ...خijk... ...GESCHE pri複 LuCation... ...OH... ... crying... ...CERAIN ... ...It is the Insignia.... ...of an olden Kavnek ...OK TREESPASSES ... ...DWAS TREMISTE ...inner arise... Der blaue Pfad! Ja, das ist der Weg! Oh Gott, ich hab gerade so eine Phantom erschreckt. Halt so ein Gase an, das haben wir da nicht gelassen. Ach, dieser Pfad auch, die ist für ich gerade, okay, cool. Er kommt schon frei geschaltet, der blaue Pfad, ja! Moment, der blaue Pfad? Ja! Was, go, oder was? W-w-w-w-w-not, okay. Schuhe zu der hohen Mauer. Zu der Tor und erheb die Spannung kurz zu fahren. Er gibt acht, verwacht und lauer dort draußen. Ich höre einen Boss. Ich höre einen Boss. Nordwindtal. Ich hab das Banner! Diese Axt ist schwer. Okay, jetzt verstehe ich auch warum hier, ähm, die Leute kommen, die die Invasoren, das sind böse Geister, die wegen der Glut angezogen werden, okay. Okay, soviel zur Story. Inventar. Wo hast du sowas gewusst, du? Moment, ich bin gerade dabei. Eid. Ich schwörte den Eid des blauen Pfads die Treue. Okay. Okay, ähm. Oh, das ist ja cool, mein, 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 ähm. Ja. Stein ist jetzt... Achso. Okay, Moment. Wie da einfach nur gegen die... Wand läuft. Kann ich das machen, nö. Okay, da oben ist ein kritischer Geister. Moment, was ist das denn hier für eine... Mutter? Für ein Vater, keine Ahnung. Kritischer Ge... Oh, halt. Was hast du denn da? Die Achse ist schwarzer Ritter. Sag mal, was hat denn der schwarzer Ritter für... Rotachse ist schwarzer Ritter. Ist er böse? Oh, ja, das ist böse, das sieht man in den Augen. Anime, ich hatte uns von Animes gelernt. Was? 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 Hast du das gesehen? Yo, was? Mach bitte nicht so nass und die Mikro. Ah, ah. Yo, Alter. Geh, Alter. Das hat der Edelstein. Entschuldigung. Ja. Hat er denn? Ah, das Ritter. Oh. Das Schwarz kann das auch machen. Das ist groß für dich. Das Schwarz kann für dich. Alter, wie cool. Okay, jetzt. Moment. Kann ich... Ich bin hier jetzt relativ sich, das heißt, ich kann jetzt in Ruhe meine Sachen anschauen, oder? Ah, ich bin müde. Oh. Äh. Ich müsste was liegen. Ja. Ich müsste was liegen kriegen. Ähm. Luzerne. Okay, jetzt lass mich mal die Sachen, ähm, anschauen, okay? Okay.